Livington Steam Twister revolutioniert die Bodenreinigung und ist der weltweit erste Wischmob, der die gründlich reinigende Rotationspower mit der hygienisch tiefenwirksamen Dampfreinigung für strahlende Sauberkeit im ganzen Haus vereint. Und das mit absoluter Leichtigkeit. Der rotierende Doppelmobkopf reinigt, schrubbt und poliert mit unschlagbaren 140 Umdrehungen pro Minute und löst jede Verschmutzung vom Boden. Nach der Reinigung ab in die Waschmaschine, fertig. Kaufen Sie nie mehr teure Wegwerftücher. Die absolut einzigartige intelligente Drei-Stufen-Dampfautomatik erlaubt erstmals die exakte Einstellung für jede Art von Boden. Stufe 1, Grün, Echtholz und andere empfindliche Böden. Livington Steam Twister ist der erste Dampfwischmob mit geprüfter Qualität für teure Parkettböden. Stufe 2, Blau, Fliesen, Laminat und andere versiegelte Böden. Stufe 3, Rot für Stein, Terrakotta, metallische Oberflächen oder punktuell bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen. Livington Steam Twister ist sanft zu ihren Böden, aber knallhart zu Keimen, Bakterien und Viren. Mit bis zu 120 Grad heißem Wasserdampf entfernt er 99% davon rückstandslos. Das bedeutet 0% Chemie, 0% Schadstoffe bei 100% Frische und Sauberkeit. Steam Twister reinigt nur mit reinem Wasser und spart Ihnen ab sofort teure chemische Reiniger, die Sie auf Ihrem Böden verteilen. Der kraftvolle 1300 Watt Motor heizt das Wasser in nur 15 Sekunden auf, sorgt für 140 Rotationen pro Minute und kontrolliert einsetzbaren, tiefenreinigenden Dampfstrahlen. Der XL Wassertank reicht locker für das ganze Haus. Die praktische Teleskopstange stellen Sie ganz bequem auf Ihre Bedürfnisse ein. Livington Steam Twister ist aufgrund ausgeklügelter Technik ein Leichtgewicht. Das kompakte Design erlaubt einfachste Handhabung und das absolute Nonplusultra. Mit nur einem Klick haben Sie einen kraftvollen Handdampfreiniger zur Verfügung, der dank unterschiedlicher Aufsätze für jeden Einsatz perfekt geeignet ist. Livington Steam Twister mit Volldampf und Rotation zu perfekter Sauberkeit.